Heftige Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bostler Bartergum Und wie ich es euch schon angekündigt habe, gibt es heute das wie versprochene Legendäre, unglaublich tolle, geile, heftige, unendlich gute, flaschengeile, affengeile, geile, geile Gewinnspiel Ihr wisst nicht was es zu gewinnen gibt, heute erfahrt ihr was es zu gewinnen gibt und wie es es zu gewinnen gibt und wann Genau, zuerst muss ich sagen es gibt kein Merchandise zu gewinnen, aber Freunde abonniert weiterhin den Kanal Denn bei 1000 Abonnenten gibt es ein Merchandise Gewinnspiel Da werdet ihr dann wirklich was von meinem Merchandise Shop erhalten, was jedem wirklich gefällt Das ist ein Produkt, ich weiß noch nicht genau was es sein wird, könnte es sein, dass es die Tasse wird Die habe ich nämlich auch selber und die ist legendär toll einfach nur Vielleicht werde ich beim 1000 Abonnenten Gewinnspiel auch mehrere Sachen verlosen, das weiß ich alles noch nicht Je nachdem wie das da finanziell steht, einfach unterstützt mich gerne weiter, ja let's go Auf jeden Fall, wir haben jetzt gestern schon die 888 Abonnenten geknackt, jetzt haben wir schon 889 Abonnenten Heftige So erstmal, was gibt es zu gewinnen? Zu gewinnen gibt es, wie versprochen, was tolles Wie ihr hier schon seht, sind das Nerf Darts, ja wirklich, wir haben hier 40 Nerf Darts Die könnt ihr gewinnen, das ist aber natürlich nur ein Zusatz zu einer Waffe Wir haben hier nämlich wirklich ein dickes Schiff zu gewinnen Das ist die Nerf Elite Hyperfire, wie auch immer die heißt, Moment Nerf Hyperfire Elite, genau, Endstrike Das ist die Das ist eine automatische Waffe Sprich, die kann bis zu 27 Meter weit schießen und 5 Darts pro Sekunde verschießen Warum habe ich hier die schon ausgepackt? Ganz einfach, ich habe die mir damals für mich selber geholt Hier haben wir eure Variante, da habe ich natürlich meine Adresse und alles schon weggerubbelt Hefte hier könnt ihr gewinnen, 1 zu 1 die hier Ähm, genau Ins Magazin passen 25 Darts rein Wenn es mich nicht täuscht Ich kann euch auch einmal die Rückseite kurz zeigen, dann könnt ihr das selber sehen Was da alles drauf steht Wenn ihr es lesen könnt Ansonsten gibt es natürlich noch dazu Batterien, weil die ist ja automatisch und frisst Batterien Dazu schraube ich sie mal kurz auf für euch Meine eigene Und schauen wir mal, was die denn frisst Denn da habe ich auch schon vorgesorgt für euch, Freunde Ich will hier natürlich euch nichts schenken, wo ihr erstmal Batterien noch kaufen müsst Die auch nochmal ein paar Euro kosten Das Ding hier ist kein Schnäppchen Hat was gekostet, hat auch hier dicken, dicke Batterien drin Und die kriegt ihr von mir natürlich auch noch dazu Und zwar sind es vier Batterieblöcke von Vata Also die haben 1,5 Volt Heftig, alles klar Gut So Was bekommt ihr jetzt also? Ich lege es euch mal auf den Tisch Damit ihr das alles schön vereinzelt sehen könnt Schraube die Nerven nochmal zusammen Zeige dann euch auch nochmal kurz ein paar Einblicke Wie das aussieht, wenn ich die ein bisschen rumballer Ja, genau Und dann kommen wir auch noch dazu, wie ihr das Ganze gewinnen könnt Heftig So Freunde Kommen wir jetzt dazu, wie ihr das Ganze Ding aber gewinnen könnt Ja, ich habe jetzt das Magazin hier geladen Habe die ganzen Patronen wieder gefunden Jetzt geht's los Also Gewinnen könnt ihr das Ganze, indem ihr auf YouTube einen Kommentar schreibt Mit dem Hashtag Ganz wichtig Hashtag Give me the gun Oder gib mir die Waffe Hashtag Gib mir die Waffe Das ist der Hashtag, mit dem ihr teilnehmen könnt Ihr könnt es auch auf Englisch machen Hashtag Give me the gun Oder Hashtag Gib mir die Waffe Das ist Voraussetzung Nummer 1 Um am Gewinnspiel teilzunehmen Voraussetzung Nummer 2 Ihr müsst das Video liken Ihr müsst das Video Mit Freunden teilen Mindestens einer Person teilen Und Nummer 4 Ihr müsst den Kanal abonnieren Ganz einfach Abonnieren Um keine Videos zu verpassen Vier Voraussetzungen Teilen Liken Abonnieren Und Kommentar mit Hashtag Give me the gun Hashtag Gib mir die Waffe Ansonsten Der Gewinner Wird dann bekannt gegeben Auf YouTube Wird dann angeschrieben Auf seinem Kommentar Und hat dann Ein bisschen Zeit zu antworten Da gebe ich ihm dann Je nachdem Ein paar Tage meinetwegen Und dann Muss er mir eben Seinen Instagram Namen Zu kommen lassen Eben durch den Kommentar Und ich schreibe ihn dann Persönlich auf Instagram An mit meinem Boss der Bartergum Profil Also Spike Bartergum Unterstrich Spike Unterstrich YouTube Und dann kann er mir dort Privat Seine Adresse Zureichen Und dort bekommt er dann Seine Waffe Plus Batterien Plus 40 Patronen Zugeschickt Gut Das war es jetzt mit diesem Video Ich hoffe euch hat es gefallen Teilt dieses Video Mit euren Freunden Wie gesagt Einen müsst ihr sowieso nehmen Um Dieses Gewinnspiel hier auch Zu ermöglichen Mit euren Freunden Je nachdem Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit Dass euer Freundeskreis Beziehungsweise ihr die Waffe Bekommt viel höher Dann würde ich sagen War es mit diesem Video Haut rein Lasst ein Like Abo Und teilt dieses Video Ansonsten Wir sehen uns im nächsten Video Haut rein Bis denn Und bald